Hallo Jojo und herzlich willkommen bei Blau oder Schwad. Hallo Fabian. Jojo, rechter Verteidiger oder rechts außen? Rechter Verteidiger, weil das jetzt meine Hauptposition ist. Johannes oder Jojo? Jojo, weil ich schon seit Kindheit auch so genannt wurde. Steilpass oder Querpass? Steilpass, weil es mehr Risiko ist. Sicherheit oder Risiko? Risiko, gerade beschrieben. Düsseldorf oder Mönchengladbach? Mönchengladbach, weil ich dort länger gelebt habe. Elfmeter oder Freistoß? Elfmeter, weil es sicher ist. Playstation oder Xbox? Playstation, für mich gibt es noch die Playstation. 1 zu 0 oder 4 zu 3? 4 zu 3, weil mehr passiert. Laptop oder Tablet? Laptop. Tablet hatte ich nie, deswegen Laptop. Neymar oder Ronaldo? Schwer. Ronaldo, weil ich ihn von Kindheit auch schon gefeiert habe. Danke dir Jojo. Gerne. Gerne. Also, wir sind auch mit 25 Minuten an. Wir werden seit getseben. ctoral Agệ! Wir, wenn ihr etwas Sinn optiques, Wir haben die deutsche Situation. Inош� специ. Wir werden das suspense. Vielen Dank.